Okay, also, ach ja, und ihr müsst entschulden, ich bin ein bisschen, naja, heiser am Cranking, dass wenn ich hundertmal huste, ist bescheid, muss mich nicht mega anstrengen, dass ich nicht huste oder dass da ein anständiger Thron rauskommt. Okay, meine Katze battelt schon. Ihr wisst, was das heißt, Katzenterror. So, also wir haben mein hübsches Kleid. Ich liebe mein Kleid. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen weiter gemacht, also ich habe weiter gespielt, habe nur gefarmt und man sieht, ich habe die Büsche ein bisschen umgepflanzt, damit ich nicht zu weit laufen muss, aber so der Stein jetzt da steht, der ist mir unphatisch. So, die machen wir gleich mal weg. Suchen wir mal da gar nicht. Juhu, da ist die Katze schon. Also ich würde sagen, unsere Aufgaben sind in Freundschaft ist alles. Und hier wird vermisst. Also, wer das? Gehen wir mal. Wo ist er denn? Ah! Ist er im Restaurant? Der Anni schläft. Ok. Alias Matias, sup! Die Katze ist wieder da. Die hat sich gleich als Alias ist begrüßt. Ich bin grad mal eins, zwei Minuten. Und Katze ist da. Gehört, du wirst auch schon begrüßt. Da gucken. Andere Richtung gucken. Okay. Voller ist mich gegangen. Ich will ja gar nicht ins Baumenü. Ich will ja rein. So, Katze, da. Da, da muss Talle sagen. Da oben. Da, 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 da. Ja. Okay. Ach so. Freundschaft ist alles. Das wollen wir machen. Okay. Riesennachtdorn besitigen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt... Hallechen, Slipknot! Halte zu. Ein neuen Biom. Okay, dann gibt's. Neuen Biom. Voller. Lass mich raus. Okay, wo waren wir als nächstes? Sonnige Ebene oder Tal der Tapferkeit? Sonnige Ebene klingt doch... Klingt ein bisschen ähnlich. Also bei meinem Zuhause vorbei. Okay. Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. Oh nein. Und jetzt lauf. Krieg ich die nochmal? Ah ja, wenn ich Aufgaben erfülle. Stimmt's? Okay, dann... Ein neuer Zauberer. Sammle Traumscherben. Ich hab noch welche. Zehn Stück. Liegen alle in meiner Kiste? Traumscherben. Hier mal nicht. Hier drin? Ja. Alle. Ich will die aufteilen. Aufteilen. Mach nur zu. Übertragen. Nehmen wir, Herrgott. Sammle. Ferding in die Traumscherben. Okay, dann bringen wir ihn das mal. Wo ist er denn jetzt? Ist er noch da oben? Nein. Das war ja so klar. Kiste! Oh, mein Kiste. Warum gibt's hier auf einmal so viele Kisten? Ja, Mini, ich komm gleich. Gehen wir erstmal zu Merlin und gehen wir in die Traumscherben reden. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ja. Okay. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ich stelle aus Traumscherben Dreamlight her. Zauber für deine Studie der Dreamlight Valley, du jährige. Okay. Alles klar. Das heißt, ich brauche halt eine Bergpunk. Uff. Katze. Abhocke. Setz dich hin. Okay. Oh. Kann gar nicht so weit nach oben, wie der sagt. Naja. Ist nicht so tragisch. Immer. Und auf macht so ein Ring. Das ist ja eklig. Kannst du das bitte wegzaubern? Danke. Wahnsinn. Leid. Okay. Perfekt. Haben wir. Gehre zu Merlin zurück. Bing. Können wir die Dorn noch entfernen? Na dann, wir haben viel zu tun. Okay, Traumscherben haben wir gemacht. Oder ist die Dorn noch schlecht gemacht? Vielleicht. Ah. Ah. Okay. Ich löpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzunehmen. Was? Sechs Bananen. Gehabt. Also, viermal weißes Gänseblümchen und drei Löwenzahnen brauche ich noch. Finde ich immer alles, Mann. Aufteilen. Drei, vier. Und übertrag. Und übertrag. Aufzählen. So. Passt. Wir haben alles. Gehen wir mal wieder. Ja? Merlin. Gehen wir mal wieder hin. Ah, falsch. Wer hat er denn jetzt? Bist du nur so schnell da hingekommen? Unglaublich. Drei, zwei Sekunden, zack, weg war er. Komm, angesprungen, mein Freund. Bitteschön, ich hab alles. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Okay. Haben wir diesen Aufwände, dass die wachsen? Okay, darauf verarbeiten wir hin. Alles klar. Okay, ich soll da hin. Alles klar. Ah, okay. Prüfen werden, ja. Wir sind. Okay, jetzt den Pilz entfernen, das wär super. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ah, jetzt hab ich eine bessere Gießkanne. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Jetzt? Weg, wie krass. Oh, oh, hallo. Uah. Haha, bravo. Okay. Vielleicht zu weit weg, oder was? Geht'n das jetzt nicht? Gemein, ist'n das jetzt? Hm. Bereite Gerichte für das Picknick vor. Fleisch, Fischbrötchen. Was? Ein Fischbrötchen. Und vergiss' nie, deine Fantasie ist ein mächtiger Zauber. Okay. Können wir mal mit Remy irgendwie viel Sprötchen machen können? Rech-M-A-Rezepte. Okay. Hab' ich noch nicht. Für ein Brötchen brauche ich sicher Weizen. Für ein Brötchen brauche ich sicher Weizen. Okay, dann kann ich das schon mal anpflanzen. Ich kann Weizen ja kaufen und schon mal anpflanzen. Dann habe ich auf jeden Fall für später genug. Ja, dann kann ich jetzt deine Aufgabe nicht machen. Mir leid. Dann machen wir ein neues Bio. Tschüss. So, ich wollte hier hoch. Die Bananen? Nein, noch keinen. Aber einmal Himbeeren. Da bist du ja! Jetzt haben wir genug. Danke. Sehr freundlich von dir. Okay, was haben wir hier? Oh. Eine Kakaopone oder so? Wir gehen gleich, wir gehen gleich, wir gehen gleich. Muss man hier noch gucken? Ich muss noch... Sehr gut. Was haben wir hier? Das ist noch Arbeit. Ah, ansehen. Okay. Also, Brunnen reparieren. Tadaa! Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Ja, Kubert! Sei gegrüßt, Nachbar! Guten Tag. Oh. Ich habe was für dich. Habe ich was aus dir? Ne, habe ich nicht. Ja, dann habe ich nichts. Tut mir leid. Freundlichen Dank. Bitteschön. Bitteschön, neue Blumen. Was sagst du? Oh. König der Löwen auch vielleicht? Wolle? Stoff? Das ist ja cool. Tut mir leid, ich muss nicht leiser reden. Sobald es ein bisschen lauter wird, kommt da nichts mehr. Wäre cool, wenn ich jetzt was nehmen kann. Okay, der kostet ein paar Pausen, das kriegen wir hin. Raunwolle und weiter Chili. Interessant. Weiter. Okay, ich habe eine Menge Samen, auf jeden Fall. Reicht die jetzt? Wie verschwinden die, wenn ich sie jetzt gieße? Das. Oh. Perfekt. Kakao. Doch, Kakao. Ernten. Das. Brennholzstapel. Was ist das hier? Okay. Kann ich hier draufhauen? Vielleicht? Nee. Boah, ich komme da noch nicht drüber. Okay. Was? Ah, da ist wieder sowas. Okay. Komme ich noch nicht drüber. Alles klar. Das ist schon Kufi. Ah, ja. Kehre zum Erlind. Okay. Da kann ich noch lang. Da gehen wir noch kurz. Extrem seltsam, wenn ich so leise reden muss. Ich werde lauter stellen. Oder meine Stimme lauter stellen, wenn ich kaum so entschlag. Kann ich was grillen? Wie cool ist das denn? Nur, dass du es weißt. Ich habe ein paar neue Waren im Laden. Aha. Noch eine Seite. Eine Eisenbahn sogar. Ich glaube, ich kann doch ein Tee machen, sonst wird das nichts mehr. Oh Gott. Also ich muss ehrlich sagen, mich würde schon interessieren, wie das aussieht, wenn es dann fertig ist. Das hat zum ersten Mal so ein bisschen anderes drauf. Alle anderen sind so nackt. Das ergibt gar keinen Sinn. Ja, auch die... Da habe ich da Ratatouille 1. Ich bin mir... Ich bin mir... Lass mich nicht im Stich. Steine, den hatte ich noch nicht. Da rennen. Da bist du ja! Ahaha, 15.000. Okay, ein andermal. 15.000. Naja, verkühlt nicht wirklich. Es ist einfach so, wenn das Wetter wechselt von warm auf kalt, kriege ich ja... ...habe ich immer das Problem, dass ich heißer werde. Eine Woche. Entweder mache ich in meiner Wohnung eine Dampfsauna. Höherer Luftfeuchtigkeit. Oder ich lebe eine Woche damit. Hup! Also ich sage es mal so, ich liebe lieber eine Woche damit, als in meiner Wohnung irgendwie Schimmel zu riskieren und hier 70% Luftfeuchtigkeit reinzuballern. Das habe ich einmal gemacht. Ja, du hast recht. Das Wetter ist so wechselhaft im Moment. Aber ich habe das immer. Jedes Jahr von Herbst, von Winter auf Sommer, Sommer auf Winter, also immer Frühling und Herbst einmal. Ja, ich sollte ja die Klappe halten, aber... Ja, was soll ich sagen? War aber schon schlimmer. So. Ich würde kein wissen, ob... Kann ich jetzt noch mehr in der Höhle? Also... Gesperrt, gesperrt. Vielleicht muss die Freundschaftsstufe erhöhen. Ich würde jetzt gerne wissen, wo... Da hinten war das. Hier hinten drin. Hier haben wir... Ähm... Remy von Ratatouille. Ich glaube, wir hätten noch Vajana und so weiter wählen können. Ja, schauen wir mal. Vielleicht könnte ich das nächste schon wählen. War ja voll mit Dornen. Aha, aha, aha. Okay, wir pflanzen erst mal Weizen. Dann können wir... Spröchen machen. Ah. Wufi! Lass mal die Worten ausprobieren. Ah, hier, Karte. Aha. Da ist ein Brunnen, da ist ein Brunnen. Ich verstehe. Ah ja, zwei Äpfel kann ich... Da ist noch ein Laden... Was ist der Laden jetzt? Nur da? Na gut. Das? Zeigt er mir das an? Ah. Wenn ich draufgeklickt habe. Okay. Alles klar. Hier kein Laden mehr. Doch. Doch. Hier kriege ich sicher Weizen. Na klar. Guten Tag. Hey, du! Guten Tag. Ich würde gerne Weizen kaufen. Wow! Okay. Oh. Wir sehen uns. Jetzt gehen wir noch mal zu Remi und versuchen, was zu kochen, hä? Was macht man denn alles für Brot? Mehl? Wasser? Hefe? Das sind doch die Grundzutaten. Okay, probieren wir es mal. Kann nicht so schwer sein. Kriegen wir doch irgendwie hin. Also. Trecker. Toll. Okay. Wir probieren noch mal. Weizen. Durch nichts. Soll ich es vergessen haben. Nehmen einmal Milch. Geben eben noch mal Milch. Eier. Und ein bisschen Butter. Was heißt denn mein Inventar ist wohl? Was soll denn der Witz? Oh. Essen wir das jetzt einfach? Okay. Achso. Ich kann es einfach benutzen. Okay. Was kriegen wir jetzt? Schickes. Eine Brille. Ah. Die gefällt mir nicht. Oh. Ich glaube, ich habe andere Kleider gekriegt. Ein Nachttisch. Hier? Mr. Incredible Anzug. Die finde ich cool. Die müssen wir dann ausstellen. Luft. Luft. Atmen. Okay, also. Wollt ein Weizen. Vielleicht ein Ei. Machst du jetzt aber ein bisschen Butter rein? Ich sag jetzt bloß, dass ich das... Mann. Okay, schau mal. Was war das? Was müssen wir machen? Ein Brötchen. Äh, Fischbrötchen. Äh, Rohkost und Fischbrötchen. Wie geht denn das? Okay. Äh, bin ich in das blöde Rezept jetzt? Ah, da. A, B, C, D, E, F, F, F. Du musst nicht schätzen. Rezepte und Chili, Hering, Eintopf, Quacho, Champignons, Grillplatte, Gemüse. Löffel, Lauch, Kürbissuppe. Rohkost. Liebiges Gemüse. Okay. Das können wir zumindest. Haben wir Gemüse? Ah, passt. Okay, wie oft brauchen wir das? Ich glaub fünfmal. Kann ich das nicht öfter machen? Lauf. Ah, doch. Kann ich das nicht nochmal nehmen? Das ist ja Remi. Ja genau, das ist Remi. Wir kochen zusammen. Aber er will mir die Rezepte nicht verraten. Das ist ein bisschen gemein. Ich such grad den Fisch. Das Fischbrötchen. Jetzt noch zweimal dieses komische Zeug. Aber ich will Fischbrötchen. Nachspeisen. Fischbrötchen ist doch keine Nachspeise. Das gibt's doch nicht. So, wie oft haben wir das jetzt gemacht? Eins, zwei, drei, vier. Einmal noch. Hup. Perfekt, so. Haben wir jetzt mal ein Fischbrötchen. Kochrezepte. Aubergine. Austernplatte. Eingelegter Hering. Hering nach Ariel Art. Eintopf. Carpaccio. Gebratene Champignons. Gekrähte Gemüsebrötchen. Gemüsesuppe. Spargel. Große. Große. Wollen wir denn da? Aperitifs. Ich glaub, ich könnte Hauptspeisen, hm? Was ist hier das Fischbrötchen? Fisch und Weizen. Okay. Mal Fisch. Fisch. Reizen. Ja, das stimmt. Fresse ich im Besen. Okay. Der Besen steht drüben. Ich fresse ihn später. Alter. So simpel. Dankeschön. Ich muss fischen gehen. Verdammt. Ich denke, viel zu kompliziert. Ich hätte jetzt das Brot gebacken, das Brot dann reingeworfen und... Okay. Ich kann mir noch nicht alles bringen. die zwei. Hallo, du! Okay. Danke, guck. Ich wollte mich zum Picknickplatz. Das ging ja schnell. Okay. Ja, weil so Fisch-Ger-Fisch-Brötchen. Du hast auch gegoogelt. Oh, schön. Bin ich nicht die Einzige, die sich checkt hat am Anfang. Ich habe den Picknickplatz erreicht. Oh, ich freue mich so nicht zu sehen. Okay. Ich habe es jetzt schon ein paar... Ja, genau so habe ich es schon ein paar Mal laufen gesehen. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Jetzt bin ich gespannt. Okay. Können wir das schaffen? Bis bald! Ich dachte, wir bauen Picknick auf. Mann. Okay, wie viele haben wir? Nicht so viele, okay. Aber dafür haben wir hier neue Sachen gekriegt. Sehr schön. Wo sind die Edelsteine? Sehr schön. Oh, Marlin. Mir gefällt das Pink. Also, wir gehen mal zu Kufni und schauen, vielleicht können wir irgendwie Freundschaft hochbuschen. Ich bin falsch runter. So, eins muss ich sagen, eins vermisse ich, und zwar Sprinten. Oh, da ist... Okay. Okay. Sehr gut. Guten Tag. Es ist aber wirklich eine hübsche Nacht. Ja. Ich bin ein Geschenk für dich. Ich habe nichts davon. Magst du Blumen? Okay. Was kannst du noch erzählen? Lange, bedeutende Geschichte. Mein Onkel M. Angelo Guf. Mein Cousin. Wernher, Wernher von Guf. Alles klar. Wernher von Guf. Ein echtes Genie. Er ist wirklich klug. Okay. Nur wenn du das sagst. Bis bald. Oh. Tägliche Diskussion. Bereite vier Sterne gerichtet. Restaurant. Verkaufe drei Gemüse. Ich sehe zwei vertrocknete Blumen. Okay, das kriegen wir ja hin. Zwei Mineralien abbauen. Irgendwo war so ein vertrocknetes, verdörtes Etwas. Ah, da. Mein Invental ist vor. Ich kriege die Krise. Was? So, ich muss zwei Gemüse verkaufen. Habe ich zwei Gemüse? Ich muss einen Platz schaffen. Hallöchen. Guten Tag. Habe ich Gemüse? Ich habe wieder kein Gemüse. Nicht mal Kräuter. Seht das? Ich könnte Steine verkaufen. Ich habe jetzt Steine. Das habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Trockenes Holz. Das habe ich noch nicht. Nee. Nee, 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 nee. Ich mache das wieder weg. Können wir verkaufen. Dann kriegen wir Kohle. So. Passt. Oho. So. Wir sehen uns. Also. Lass uns Steine abbauen. Passt. Dann haben wir Steine erhalten. Irgendwo war da noch eine, wo. Da hat doch nichts rausgeguckt. Okay. Da ist ein Hase. Lass dich füttern. Alter. Bleib da. Lass dich füttern. Habe ich doch gern. Kriegst du nichts zum Fressen. Was ist das? Irgendwo Dirty Blumen? Gleiche. Du willst gefüttert werden. Lass dich füttern. Okay. Kriegst einen Apfel. Passt. Aufgabe erfüllt. Ich könnte noch mehr von den Dingern umwandeln, hä? Hat der noch Cracker? Das habe ich total vergessen. Woher habe ich die Vanille? Das ist ja seltsam. Okay. Ich habe keinen Platz mehr. Kann ich keinen Platz erweitern? Blöd. Also, ein Stein mehr. Das ist falsch. Jetzt darf ich auch schon so viel Arbeit sein. Doch, ich habe noch mehr Lebensmittel. Nein! Verdammt. Jetzt wird er wieder eng. Ich habe Exo zuerst nach Lager gekauft. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie... Kaum geschafft, es ist alles wieder voll. Okay. Das müssen wir alle aufheben noch. Das können wir gebrauchen und so. Der Motz ist wieder wer. Okay. Also. Aufgaben. Das müssen wir erst alle überzeugen, hä? Ah, da haben wir noch was im Kieb. Fast. Ich kriege ich hier auch. Alte Sternmünze. Okay. Die Dornen entfernen. Das schafft man auch noch. So, da hätte es ja zum Glück. Dornen. Ja. Dornen. 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 Ich könnte jetzt auch versuchen, Steine zu gießen, aber ich glaube, das kriegt nix. So geht das jetzt bei meinem Kieb. Bessere Kieskanne und da geht nix. Schauen wir mal beim... Ich geh. Was willst du denn? Weizen. Ah, die habe ich aber. Oh, super. Krass. Das ist schön. Oh, Level 10. Eine Belohnung. Special Wand. So. Stimmbänder schmieren. Scheiße, jetzt habe ich gerade diesen Weizen weggemacht. Egal, wir können ja hier schnell Weizen kaufen und schnell eine anpflanzen. Der wechselt zum Glück sehr schnell. Schön, dich zu sehen. Ich möchte einkaufen. Go. Eine ungerade Zahl, kann ich noch eins haben? Danke. Yay. War mir jetzt unsympathisch. Bis bald. Bis bald. Brudeln wir hier schnell Löcher. Ich hätte neun machen können. Das hätte voll gereicht. Das hätte cool ausgesehen. Ich hätte ein 3x3 Feld machen können. Nein. Ja, super. Jetzt muss ich das so machen. So sieht das kacke aus. Weil ich das nicht schön ansteuern kann. Oh. So. Okay. Das ist ein Kampoon. Noch einmal gießen, bitte. Hat er was gefangen? Ah, das ist alles so, dass wir gucken. Jetzt gehen wir schnell mal eine Runde gucken. Ja, ja. Ach, der Krach im Hintergrund. Blauen Krokus oder was ist das? Da gibt's ja jetzt einen Moment. Weck mich am Arsch. Kofi, sag mir, was du dir wünschst. Wir gehen jetzt mal gucken. Guten Tag. Na, wie geht's? Ja, gut so. Und dir? Also du bist ein Hering, Aquamarine oder Fischsalat. Dann muss ich wieder angeln, gell? Na dann. Versuchen wir's mal. Ich bin irgendwie nicht besonders gut. Okay. Das ist Arsch. Kein Hering, aber ist okay. Ich kann jetzt noch ein bisschen meinen Schuh rausziehen oder so. Das ging jetzt aber schnell. Oha. Das ging jetzt schnell. Nein. Du musst den Scheiß einsammeln. Ärgerlich. Nein. Für Gottesdienst. Steuerung, die killt mich. So, wo ist Miki? Immer noch hier hin. Sehr gut. Miki. Guck, jetzt hab ich alles. Ja, ist gut. Steckst dich hinter den Büchern? Geht schön. Nochmal. Okay. Waren wir bei 10. Uh, ein Springbrunnen. Ist ja toll. Wie wär's, wenn wir was kannst du da unternehmen? Okay. Das ist super. Ja. Mhm. Der hatte Pünktchen. Die liebt Pünktchen. Ja, das stimmt auch. Noch. Und backen, kichern. Was war's denn? Boah. Äh. War's nicht backen? Boah. Boah. Ein Club mit Woody und Anna? Oh, ist das süß. Okay. Ja, machen wir gleich. Aber jetzt muss ich noch unsere Freundschaft pushen. Boah, ich freu mich so, dich zu sehen. Ach ja? Kann ich mir nur eins geben? Verdammt. Gut. Bis bald. Soll ich mit Goofy und mit Dagobert? Goofy! Donnerwetter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Okay. 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 Hm. Einen anderen Kuchen. Oh, wie süß. Apfelkuchen gab's rüebleh. Bis bald. Bald. Jetzt machen sie. Stört mich das ewig. So. Wo ist Dagobert? Der ist sicher da drin, wenn ich reingehe. Din, din, di, di, di. So, Dagobert. Wie ist mit deinem kleinen Plausch? Okay. 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 Ähm. Oh, oh. Ist so gemütlich. Oh. Jetzt. Jetzt ist vorbei. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja. Erinnerst du dich am Mini? Ja. Perfekt. Ich bin Miki, alles klar. Ich höre mich an wie die schlimmste Bauarbeiter im Moment. Ja, bleib steh. Hey, wir drüben. Alter. Ja, wir suchen mich. Danke, Kumpel. Bitte. Jetzt. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Lass uns mit dir reden. Okay. Ah, oh, da ist sie mit mir. Gut, dass du hier bist. Oh. Kann ich dich irgendwie zurückholen? Ich lass sie mal reden. Lass sie reden. Ich lass sie reden. Schneicht da was im Hintergrund? Das hat nichts von... Wir kriegen das schon hin. Bestimmt. Okay. Oh, das ist der liebste. Alle. Und hier ist schon mit alle. Oh, verschiedene Ziele. Könntest du bitte kommen? Ich... Verstehen! Hallo! Okay, na dann. Ich dekoriere die freie Wiese und alle 10 auf. Das ist eins. Aufgaben. Ich dekoriere die friedliche Wiese. Wie hier überhaupt? Der Hauptplatz? Ah, hier. Ich bin... Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Nein, gut. F. F! Dekoriere die Frieden. Mach jetzt einfach hier. Was machen wir hier? Haben wir ein Bett? Bettest du? Wir machen so was. Dober. Wir machen eine lustige Klaunch. Rechts drinnen. Hier schaut der Kacke aus. Noch ein Stück rüber. Ja. Und jetzt geht's hier. Auch, damit es alles zueinander guckt. Brauchen wir noch einen Tisch? Tisch? Nachttisch. Freistelltisch. Okay, ne? Er klingt. Ja. Lampen. Ein Teppich, aber auch nichts. Einfach alles. Einfach. So. Wir können hier noch den Schrank aufstellen. Echt der Tisch. Fünf, sechs, sieben. Er kippt. Der Fässer. Acht. Neun. Zehn. Hier kommt die Schaufenster. Da. Den Sachen aufgestellt. Passt. Da, Gobert. Da, Gobert. Ich muss mit dir sprechen. Ja. Ein schönen Tag noch. Ich muss freundlich sagen. Das geht weg. Die warme Senne. Komm, bleib da. Sei gegrüßt, Nachbar. Kann man dir schenken? Ich hab nix davon. Okay. Auf Wiedersehen und bis bald. Auf Wiedersehen, bis bald. Bäh. Ne Wandfarbe. Hallo. Das kann ich mir nicht leisten. Freundlichsten Dank. Schön. Jacke gefällt mir. Die Monster-G-Jacke. Haben wir hier hübsche Schuhe? 10.000 für die Schuhe. Was sind denn für Schuhe? Sind die aus Gold? Danke, Gobert. Kurz noch. Oh, was ist das? Hab ich gesehen. Ich hab noch Schuhe an, merk ich. Mit dem Kleid. Okay. Okay. Mal schnell rein, was wir erhalten haben. Oh, das ist ja goldreif. Das finde ich super. Sehr schön. Gefällt mir. Ah, es geht so. Das will ich. Okay. Wir müssen uns umziehen. Wir müssen uns umziehen. Oh, das war auch geil aus. Schuhen. Die Schuhe sieht man dann ja gar nicht. Keine Oberteile dazu. Keine Oberteile? Die anderen Ramsching-Sachen. Wie schlimm ist denn das? Wie sieht das aus? Ich mag meine Haare aber sehen. Hier stehen mir Käppis. Sonst stehen mir keine Käppis. Furchtbar. Ich seh schrecklich aus. Ich will jetzt das Kleid. Ich glaub, aber ohne Käppi. Mit der Kette. Mit den Ohrigen. Mit den Öhrchen. Okay. Ich glaub, ich bin glücklich soweit. Weiß ich und meine Prioritäten. Ja, aber das ist nun mal so. Wir Frauen haben Prioritäten. Wir brauchen schöne Kleider. Ich weiß egal wieso oder warum. Einfach nur schöne Kleider. So. Den hab ich jetzt noch. Wer fehlt? Remy fehlt. Schläft der noch? Können wir mal gucken. Remy. Also mein Lieb. Kann ich denn irgendwann... Ah, ich hab ja gar keine... Doch, ich hab wieder Fische. Rezepte. Irgendwas mit Fisch. Krähte Fisch. Automatisch wühlen. Doch. Irgendwer wollte gekrähten Fisch. So, Remy ist weg. Jetzt gehen wir mal gucken, ob der drückt. Remy! Oh Mann, kannst du nicht aufstehen? Siehst du, Kufi macht's richtig. Der brucht das schon. Hallo. Hallo, Kumpel. Tag. Ich hab was für dich. Scheibenkleister. Ich wollte einen Fischsalat machen. Bis bald. Bis bald. Ja, wir bauen uns noch eine Kiste. Machen wir die ganzen Zutaten ein. Ich brauch eine Kiste, der da, Gobert. Es wird Zeit, Geld zu verdienen. Ja. Ja. Also. Eine Truhe. Ich hab eindeutig viel zu wenig Platz für meinen Ramsch. Was hab ich hier? Kast. Böbel. Gut. Ich wollte da so eine Eisenbahn. Den muss ich erst holen. Also, ich geh mit gerätten Fisch machen, gerätten Fisch, gerätten Fisch. Nein, Fischteller. Fischtelat. Fischtelat. Handvoll für den falschen Scheißbau. Fischtelat. Fischtelat. Okay. Na dann, ähm, machen wir das Freestyle. Salat. Und Fisch. Was für eine Kacke. Na gut. Warte, ich brauch wieder Fische. So, jetzt gehen wir nach Hause stellen. Jetzt geht's auf. Oh, es gibt wieder Bananen. Salat. Ich stelle wir am besten zwischen. gemerkt. Mach mal hier. Was kann ich da hinstellen? Soll ich das sauer? Abbrechen. Mal auf die Seite. Nein, wo ist mein Ofen? Jetzt den Kamin. Wir brauchen einen Kamin. Das ist wichtig. Ich glaube, wofür. Das brauchen wir auch. Einfach, weil ich's hab. Cool finde. Ich weiß gar nicht, wie wichtig es ist. Obst du das? Es sieht gut aus. Passt. Alles erledigt. Ich bleib die Steine da. Und jetzt mach ich das Essen daneben. Essen, 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 Essen. Essen, Essen, Essen. Äh. Das lebt aber. Wer weiß. Mal das, was ich noch brauche. Okay, dann mach ich hier die Samen noch rein. Solange die noch Platz haben. Da kommt das andere Gedöns rein. Das und das. Brauchen wir auch rein machen. Komm, wir machen die Braumwolle auch rein. Ist da das Eisen? Eisen, Erz. Was können wir im Barren machen? Ja, jetzt verkau ich den Scheiß. Das Vieh. Okay. Passt. Den Scheiß. Kaufen wir. Den nicht. Coole Ohren. Dankeschön. Ich seh cool aus, gell? Ja. Äh. Very special edition. Dicci. Du wolltest irgendwas mit Grätenfisch, oder? War das so zander? Oh, ich freue mich so, das zu sehen. Ich habe was für dich. Flüssgericht gepackener Kabeljord. Vorredner. Okay. Alles, aber... Keine Ahnung. Geh ab. Puffy. Die coolsten Ohren. Okay, sind die coolsten Ohren. Gebe ich dir recht. Nur nicht vergessen. Zeit ist Geld. Ja, Dagobert. Nerv mich jetzt nicht. Eisenbarren. Was? Fünf Erz brauche ich dafür? Die verarschen? Jeder habe mich gern. Also, dir kann mir ja nichts anderes geben. Hallöche, Panda-Maus. So, ab zu Goofy. Goofy! Mir gefällt das, hä? Ich habe was für dich. Ja, noch gut. Noch gut. Ah! Ja, ist jetzt irgendwas gemeint. Irgendwas, einfach nur damit das Ding steigt. Ja, was für dich. Vielleicht hast Remy den gegrillten Fisch heute. Ich habe Pech gehabt, wenn er schläft. Oh, das steigt so lahm. Oh! Okay. Wir sehen uns! Jetzt brauchen wir, um Vajana freizuschalten. Oder ist Winnie? Winnie, Winnie, Winnie! Oh, Merlin wollte den Fisch, gell? Dumm. Jetzt komm schon! Uns erwartet viel Arbeit! Raumscherben? Cracker? Ich habe nichts davon. Ich glaube, er ist schon. Und wer ist da? Ich glaube, er ist schon. Was für ein Dreck. Naja, wir wissen ja jetzt zumindest, wie Cracker geht, oder? Gar keine mehr Scheibenkleister. Machen wir Cracker? Oh, die brauche ich nicht. Eine Scherbe, Cracker und irgendwas mit blauem Dings. Die blaue Blume. Blaue Bad fahren. Ey, ich will das aufteilen. Gott verdammt. Erlin. Achso, nee. Cracker. Mann, 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 Mann. Cracker machen. Cracker, Cracker, Cracker. Cracker, Cracker, Cracker. 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 Tada. Also, wenn ich was kann, ist Cracker machen. Melen. Richtig. Geist hat der schon wieder. Es ist das, Maria. Ja. Epstein. Bleib, wo du bist. Sieh dir diese Streamlight an. Du machst das sehr gut. Nächstes Spiel ist ein Cracker packen. Na klar, dann machen wir alle Cracker. Gibt es nur noch Cracker. Hä? Knuschpern wir um die Häuser. So. Gibt mir neue Aufgaben. Ja, habe ich gesehen. Sieh dir diese Streamlight an. Das habe ich verstanden. Streamlight. Denk mal, was für ein Streamlight? Was redet der? Welches Licht? Mein Licht? Das ist in letzter Zeit nicht besonders gut. Das war's. So wenig sinkt das. Ersteigt das nur? Uh, was ist das? Schön aus. Und vergiss nie. Okay. Deine Fantasie ist ein mächtiger Zauber. Okay. Und jetzt? Okay. Und jetzt? Oh, 61 von 716. Da Mineralien ab. Also eins noch. Erte drei Früchte. Verkaufe drei Gemüse. Okay. Sollten wir ja hinkriegen, oder? Irgendwo muss ja eins drin sein. Aber nix drin. Dann, wenn du es brauchst. Dann, wenn du es brauchst, ist nix da. Oh. Oh. Hallo. Da hinten. Ah, jetzt, 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 jetzt sehen wir das. Hier können wir noch Mineralien abbauen. Weil ich brauche nicht mehr viel und dann können wir zu Vajana gehen. Sehr gut. Jetzt noch... Obst und Gemüse. Bananen und Obst. Zählt das hier in der Welt als Obst oder das Gemüse? Als Obst eigentlich, oder? Ernte Bananen, oder? Ich würde es euch für das eine Auszeichnung gekriegt. Geben wir noch drei Mal Gemüse verkaufen. Auf Weizen zählt das Gemüse. Wufi. Keine Samen mehr. Okay. Wufi. Guten Tag. Ich würde gern eine Karotte verkaufen. Das habe ich nix mit Depp. Na gut, dann verkaufen wir den restlichen. Nein, das wissen. Das aber, das aber. Verdammt. Okay, dann gehen wir mal so verkaufen. So drei von Salat. Ja, ja, ja. Bis bald. Dann fassen wir doch mal schnell Salat an. Ich würde mir Gemüse verkaufen können. So. Einmal, zweimal, dreimal. Yeah, wir können Bayana freischalten. Hier, wir können Bayana freischalten. Bayana! Weißt du, wenn ich schreie, dann hört sich das Brüchbaden wie so ein sterbender Schwagen gerade. Ja, ja, ja. Ich vermisse echt Sprinten. So. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du. Und du bist ein charismatischer Halbgock, junger Braun. Der geschickte Seefahrerin geworden ist. Ja. Bayana! Ah! Schön. Erkunde das Reich. Okay. Oh, ist das schön! Oh, Maui! Oh, hier kannst du was ausbuddeln? Was ist das? Ah, im Hintergrund sogar ihre Musik! Oh, ist schön! Also, das gefällt mir bisher am allerbesten. Weltmusik ist so schön! Gott, deswegen! Gott, ich weiß, ich bin nicht stört, aber ich liebe diesen Film. Das haben sie richtig nach langem wieder saugut gemacht, Disney. Der ist so mitreißend. Ich bin ein bisschen nicht gelootet. Das Huhn? Hey, hey! Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das wäre auch noch cool, wenn das Hühnchen dabei war. Oder wir müssen es vielleicht retten. Vielleicht müssen wir das Hühnchen noch retten. Hä? Ich bin schon da, Bayana. Sag mir jetzt, dass wir Hey-Hey retten. Hey! Fast! Okay. Äh... Okay, es ist Zeit zu helfen. Okay, natürlich. Ich würde das gerne mit HeyHey machen. Mhm. Seide. Ich hoffe, ich muss das Seide machen. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Holz, okay, such auf der Insel nach Seide. Was? Dann Seide aus. Gehen wir dann mal. Ich glaube, es sind zwei Stück Seide. Seidengewiege. Aha! Guck mal. Ah, oh. Ich dachte, ich kriege eine coole Bad-Short. So wie bei Hannah sie anhat. Vielleicht auch so pudeln und schauen, ob ich das finde. Kann ich da rüber? Weg? Nein, kann ich nicht. Oh Mist. Gerade. Das kann ich so aufknacken. auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Kann ich da rüber vielleicht? Nein, auch nicht. Das ist Ende. Ende im Gelände. Wo ist Maui? Maui! Du bist hier. Gut. Ja! 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 Oh, Nessi! Hallihallo! Dankeschön für den Raid! Wie geht's euch? Was habt ihr ein schönes Gespiel vorher? Ein Lirrchen. Oh, das ist ja cool. Ist das eine Schlange oder ein Dino in dem Kürbis? Das ist ja so cool. Ein Nessi-Kürbis. Der ist ja süß. Großartige Sachen gemacht. Der ist ja süß. Oh, Hallihallo! Hallihallo! Der Schaukler! Ui, und das ist jetzt ein Zungenbrecher. Amala Swinata Durya. Oh Gott! Auch im Disneyland versunken. Oh, wie schön! Wir haben gerade uns Vajana freigekämpft. Jetzt brauchen wir was Neues. Vajana. Das ist so schön. Wir vermissen Heihei. Das ist definitiv. Heihei fehlt. Hallo! Ah, das ist ein Nessi, der drin hockt im Kürbis. Ach so! Wie süß! Das ist eine coole Idee. Echt coole Idee. Ja, ich bin auch relativ am Anfang. Stimmt. Entschuldigung. Ich verliere schon wieder meine Stimme. Wie viele Figuren habt ihr schon freigeschalten? Balme. Danke! Okay. Oh? Aui! Es ist so schön. Du bist hier! Gut! Wir müssen weiter. Ich liebe Vajana. Maui, fantastischer Kerl. Oh. Jetzt habe ich vergessen aufzupassen. Was haben die vergraben? Aale, Kokosnüsse, Angelhaken. Ah, okay. Ein Aal vergraben. Ups. Alles klar. Gute Nacht, Uria. Schlaf gut. Jetzt wird es schon langsam spät, ja. Welche Macht habe ich durch meinen Angelhaken? Vormwandler. Oh, wieder Vormwandler. Aber seine Tattoos bewegen sich gar nicht. Gute Nacht. Bis Rezepte grübeln. Ah, das kommt mir bekannt vor. Das haben wir vorhin bei Remy auch gemacht. Du machst mir die Spitzhaken stärker. Oh, ja. Hey. Ein Geschenk vom Halbgott. Das ist ja cool. Jetzt kann ich die Trümmer dahinter entfernen. Das ist ja cool. Das ist ja mega cool. Komm, das machen wir jetzt. Das machen wir. Auch ins Bettchen. Alles klar. Also dann, gute Nacht. Und danke nochmal für die Raid. Kann ich diese Spitzhaken entfernen? So. Aber ich hätte gerne noch Seide. Boah, ja noch Seide. Ja, muss man rein und ausloggen. Gut, erzähl mal eben von meiner Heldentat. Alles klar. Hallo. Ich möchte mal stark sein wie du. Wieso lacht du mich aus? Okay. Gut gemacht, Zwerg. Okay, habe ich jetzt alles, was sie braucht? Ah, ja. Das waren nur drei Seide. Ich dachte, ich brauche mehr. Okay. Oh. Ich bin sicher, wenn man ins Boot steigen springt, hey, hey, irgendwo raus. Das wäre natürlich mega cool. Eben. Yeah. Hallo. Boah. Okay. Dann los geht's. Hey. Okay. Kanu ist bereit. Äh. Okay, ich kann es kaum erwarten. Okay. Mit hey, hey. Oh mein Gott. Äh. Oh, krass. Hallo. Okay. Okay. Weiß nicht, was da drin ist oder was es ist. Okay. Toll. Lass uns später reden. Da hinten ist sogar die Oma. Klingt so komisch, aber... Oh mein Gott. Okay. Also, ich würde sagen... Das sind wir. Also das und das. Okay. Wo können wir hin? Hey. Okay. Okay. Äh. Ich seh mich um. Okay. Es ist ein Wallenrift im... Nein, Schiffswrack im... Osten. Okay. Okay. Kann ich das jetzt irgendwie lenken? Hallo. Oder segelst du? Ich bin segler. Schiff. Ah. Okay. Zum Korallenrift. Toll. Lass uns später reden. Oh. Das ging jetzt aber schnell. Aufheben. Eine Laterne. Kann ich absteigen? Okay. Schade. Das ist heute Schnee. Okay. Das ist fantastisch. Erste... Erste Ortentreffer. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Okay. Hey. Bereit zu segeln, ja? Ja. 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 Auf zum Nebel. Danke. Uh. Er jetzt hier runter? Nee. Ach, ich kann angeln. Opa da. Komm an. Ja, Oma. Geh auf die Seite. Ich frage mich aus, ich sehe dich. Oh, ist das Alpinotunfisch. Den hatte ich noch nie. Jetzt haben wir was zum Essen. Das ist ja super. Hallo. Oh. Das ist ja super. Sehr gemütlich. Okay. Cool. Ich sage, wir machen gerade weiter. Komm, wir helfen dir. Hallo. Bereit zu segeln? Hey. Toll. Lass uns später reden. Fahle baust. Was ist denn eine Fahle? Geh öfter. Fahle aufgestellt. Ähm. War wohl. Aha, der muss bei mir bauen. Wahrscheinlich. Wo haben wir das hin? Wie groß ist es? Genau. Da. Da? Ich hoffe, da ist nicht der Weg. Doch, der Weg hin. So. Verdammte Pflanze im Weg. Mal abreißen gehen. Wenn diese Pflanzen noch alle im Weg sind, das ist ja futtbar. Ich weiß, ich weiß, waselerin. Ah, ich weiß. Oh. Nicht schon wieder. Stellen wir sich jetzt auf die Seite und dann können wir jetzt auch umbauen. Also. Diana braucht da Platz. Also das Dagobert-Schild, das können wir mal darüber machen. Das braucht ja eh keine Stimmelbaum darüber. Nein, der Weg wurde ja eh nicht. Aber egal. Wenn ihr einfach die Bischee jetzt da bei mir, dann kann ich die doch leichter sammeln. So, das kommt auch weg, das kommt auch weg. Dein kommt dein. Hat das passt. So. Blatt deine Mauer noch ein Stückchen. Mal bei Janas ausbauen. Das stellen wir hier hin, weil ich mag das. Ich meine das, ne? Ah, das ist ja cool. Das hab ich nicht gesehen. Ich kann hier weh. Ja, cool. Ich glaub, keine mehr. Okay. Also, was kostet das wieder? Einen schönen Tag noch. Ah, das geht noch. So. Oh, ist das schön. Geht das super. Heißt, bei Jana willkommen. Wie schön. Hallo, Jana. Das geht. Oh, das ist gut. Mach den Daumen wieder runter. So. Geht speichern. Dann wollen wir speichern. Hier bin ich. Hallo. Hallo. Guten Tag. Schön. Es ist sehr schön. Ja. Sorry, dann muss ich wegmachen. Ich gucke den Stein, klopfe etwas. Ihr bleibt da, wir quatschen. Hey. Gerade Tag zum Segeln. Ich glaub, ich hab noch was für dich. Boah, was denn Zufall. Ich hoffe, du hast einen lukrativen Tag. Ja. Oh, das ist ein cooles Oberteil. Oh, und das ist ein tolles Kleid. Ähm, puh, was hab ich noch nicht? Mach mal angeln. Macht mehr Sinn bei ihr. Hallo. Da weiß ich es mit. Hm, was hast du noch gern? Meeresfrüchte, die hab ich nicht. Ah, vielleicht mit Kokosnuss. Hm. Die Hand vorm Gesicht beim Selfie. Der Klassiker, oder? Wie weit ich komme. So. Sobald du nach den Sternen navigieren kannst, führen sie dich immer wieder nach Hause. Ich will das auch mal pushen. Auf Level 5 gibt es hier nichts. Oh, da hinten ist wieder ein Mini. Ich denke, der Auto ist wohl, bis ich sie richtig sehen kann. Ich brauche bessere Blumen. Was sind das? Das sind die Straßelaterne. Ich hab sie mag, Blumen. Geld zu verdienen. Kannst du in Anschein. Super. Geil, da kann mehr Fische fangen. Ich glaube, dass wir jetzt hier sind, übersteigt selbst die Vorstellungskraft meiner Vorfahren. Magst du Äpfel? Nein. Magst du Bananen? Auch nicht wirklich. Dann werden es doch wieder Blumen. Ja, eindeutig. Die Blumen bringen es. Wenn ich die Level schalte, schalte ich sozusagen die nächsten Quests frei. Also ich glaube, es gibt so Freundschaftsstufe 10 oder sowas. Und um die nächsten Quests frei zu schalten, muss ich halt auf Level 5 kommen. Tada! Ja! Es gibt gewisse Gegenstände, die sehe ich immer rechts unten. Die kann ich einmal am Tag hier abgeben. Die bringen einen ganz besonderen Bonus. Aber es gibt eben so Sachen, die sind auch so recht gut. Oh, sprich mit Braui. Ah ja, dann bleib kurz da. Bin noch nicht ganz fertig. Ah, doch. In dem Fall schon. Also man sieht das hier bei den Geschenken hier. Also hier wäre eine Meeresfrüchte-Suppe und ein Zander. Wenn ich die gebe, gebe ich die extra Bonus. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Oh, ich kann noch Freude mit Maui werden. Okay. Also. Bitte, was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt zum Maui. Das wusste ich nicht. Maui! Kann ich so auch rein? Ah, ich kann mich auch so rein teleportieren. Das ist ja toll. Das ist ja gut. Gott, mein Katze. Ah. Aui! Kuckuck. Du bist hier. Ja, ich bin hier. Wir müssen weiter. Das ist traumhaft dort. Komm doch einfach mit. Hm. Ich bin ein großartiger Koch, ja. Ja. Gern geschehen. Habe ich nicht was Gutes schon in der Tasche? Okay, bis bald. Hallo. Gern geschehen. Ein mindestens ein Drei-Sterne-Gericht. Ach so. Pingelig ist der Herr auch noch. Ich wollte ins Limentar. Hallo. Kann ich da nicht rein jetzt? Wollen wir das? Wollen wir das? Also brauchen wir ein Drei-Sterne-Gericht. Remy? Klemme fest. Ich habe einen neuen Gegenstand. Ich habe einen neuen Gegenstand. So. Was können wir mit Drei-Sterne-Kochen? Rezepte. Ich habe keine Paprika. Ich habe keine Zwiebeln. Ich habe keinen Lauch. Gemüsepastete. Fischsuppe. Toll. Ich habe keine Tomate. Automatisches Füllen. Okay. Davon bräuchte Drei. Toll. Das habe ich jetzt nicht mehr. Müseplatte. Immer das. Was? Nur Seetang und es reicht. Kann mal einer verstehen. Na gut. Ich wollte da rein. Ich wollte woanders rein. Warte. Willkommen, Maui. Das hier alles glitzert. Das irritiert mich voll. Ich will mal alles einsammeln. Also. Ist es gut, Maui? Oh, hey. Alles klar, Matthias ab. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Du hast gehört, er sagt auch, tschüss zu dir. Du hast gar keinen Bock. Du musst einfach nur da rumliegen. Das ist Kartoffelsack, Katze. Das ist Kartoffelsack, Katze. Das hängt nur da. Das macht genau gar nichts. Kannst du dich bewegen, damit man sieht, du lebst? Ich glaube, sie ist kaputt. Kaputt. Würde ich umtauschen. Kann eine Katze bloß so faul sein. Das macht gar nichts. Also normalerweise ist sie voll aktiv. Sie kann sich umdrehen. Das war es wahrscheinlich schon. Zeig mir ein Tier, das so faul abhängt. ein Haus für einen halbgottwürdig. Doch, wir bauen ein Haus ab. Du bist wirklich der Knüllerzwerg. Du wärst froh, wenn deine Katze mal so faul wäre. Also in der Regel ist sie ja eigentlich gar nicht so faul. Aber manches Mal da hat sie so... Ich häng da wie ein Sack, Vibes. Gleise dir gerne aus. Tauschen wir mal für eine Woche. Okay, so. Die schillernde Strand... Ah, das schillernde Strandbiom. Das. Ah, verdammt. Ich hab die sonnige Ebene freigeschalten. Ah. Das ist kacke. Da komm ich noch nicht rüber. Sperrt. Was? Wer wohnt da? Eine Woche lang keine Mäuse. Äh, das kann ich dir nicht versprechen. Die holt auch Mäuse. Aber meistens isst sie sie auf. Du findest nur noch den Kopf. Den kannst du leicht entzogen. Da liegt nur so so ein fetter Kopf rum. Stimmt's? Du machst das gut. Du frisst das Ding ganz. Aber man kann sie bestechen. Das funktioniert super. Das muss ich echt sagen. Gib ihr Katzenfutter, dann bringt sie dir keine Mäuse. Das klingt ein bisschen weird. Aber es ist so, wenn du ihr Nassfutter gibst, lässt sie die Mäuse am Leben, weil dann ist sie zwar zum Jagen, vergisst sie mal zum Füttern, dann geht sie halt und holt Mäuse. Ja, wir haben hier nicht so geregeltes Essen. Ich hab nur so ein Futterautomat, ein Trockenfutterautomat für die Faule, für die Dicke, für die Trockenfutter. Ja, und zwischendurch gibt's halt Nassfutter. Sommer weniger Nassfutter. Ja, das fängt meistens so schnell zum, äh, Schlechtwerden an, also entwickelt so schnell Maden zum Fliegen. Da geht sie sich einfach ihre Mäuse holen und die Dicke frisst sie nur Trockenfutter und bewegt sich nicht. Also, sehr pflegeleicht, muss ich ehrlich sagen. Ich hab sehr pflegeleichte Katzen, die kümmern sich fast selbst. Außer die, die hat in letzter Zeit ein Spleen, dass sie immer aus der Dusche trinken. Er ist genug. Da hast du recht. Da war wieder Mini. So, ähm. Pff. So wie ich schlage ins Gesicht, wenn die umkippt. Pff. Die ist so klein. Sie sieht für euch jetzt nicht klein aus. Aber im Vergleich zu meiner Dicken ist sie klein. Was kostet das? Zu tausend? Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ich hab nicht mehr tausend. Jetzt hinfort mit dir. viel zu tun. Viel zu tun. Brauchen noch tausend. Kriegen wir hin. Also. Ich würde sagen. Ich dachte jedes Mal, wenn ich sowas kaputt mache, kriege ich eins. Sondern der schmisst. Nein. Doch groß und kleine. Ja, nicht. Ach komm, dann geht's wieder schnell. Ah, das ist ja cool. Okay. Wir gehen weitersuchen. Wir brauchen mehr von diesen Pilzersteinchen. Verstehe ich, warum ich die Pilze nicht wegkrieche. Ich habe es vorhin auch nur gegossen und dann war es weg. Kann mal einer verstehen. Hier drüben gibt es noch Dornen. Also. Das sollte ich eigentlich relativ schnell haben. Nur tausend von. Dornen wir uns mal rüber. Dornen wir uns mal rüber. Wessen sein Haus ist das? Kann er noch nicht drauf haben? Oh. Gar. Sicher Gar ist da drin. Oder die Hyänen. Ganz sicher sogar. Warum klappt das auf einmal nicht? Das. Ah, da ist ja noch Ranken. Ich dachte, du kriegst bei jedem Mal, wenn du die Ranken wegmachst, eine von diesen Kristallen. Das ist jetzt mal voll doof. dann gehen wir mal runter und gucken, wie ist das? Ein Vogel! Äpfel? Ich weiß zwar jetzt nicht, ob er sich gefreut hat, aber ich denke mal schon. Also, produzieren wir schnell ein paar Splitter. Er hat auch bei mir daheim eine Bergbank getrunken. Zehnscherben. Boah. Okay. Dann, Planänderung. Ich lebe wieder. Also, 5 Gemüse an. Kriegen wir hin. Verkaufe 3 Gemüse. Kriegen wir auch hin. Ändert ein Outfit. Hab ich doch gerade! Aber, aber kriegen wir hin. So kriegen wir auch die Gemüse. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Muss mal zusammen. Ich weiß immer, wenn ich Himbeeren verkaufe, das ist so viel Kohle. was ist das? Ein Puzzle wieder. sieht cool aus. Okay, nehmen wir die Salat mit. Deine Bananen fällt mir auf. Verkauf ohne was mal auch rein. Das verkaufen wir. Einmal sterben, bitte. Hey, da wollte ich gar nicht drin. So, ich fokuss muss mit da noch rein. Hey, ist da noch ein paar Nadeln drin. Stein, 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 Stein. Okay, die sind einfach nur zu. Kriegen wir hin. Oh, nein. So. Kofi. 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 Ich würde gerne sprinten. Ganz ehrlich. Das vermisse ich. Film nicht zu sehen. Also, du kannst die haben. Du kannst die haben. Du kannst die haben. Du kannst die haben. Ja, dann brauche ich. Und tschüss. Ja, ich muss noch drei Fische fangen. Oh ja, machen wir das rein. Den ganzen anderen getötet. Was, wir haben das Hammer, oder? Ja. 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 Das war ja leicht. Oh, Perfekt. Ähm, was haben wir noch? Drei Fische. Wenn ich noch zwei fange, wäre das gut, ne? Ich kaufe zwei Fische. Na gut. Ja. 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 Alles klar. Jetzt fange ich wieder Seetang, oder was? Ich wollte daneben. Oh, sehr gut. Das war doch ein Fisch. Oh Mann. Was ist denn das? Lustiges Regenbogenforelle. Das hatte ich noch nicht. So, verkaufe zwei Fische. Gehen du. So. Können wir das Biom freischalten. Sehr gut. Güte, Merlin. Komm. Wir schalten jetzt das frei. Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. Ja. Stress mich nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war das? Wer war das nur? Okay. Okay. Versteckte Grotten. Du solltest ja forschen. Mehr Hexe. Ah, Ariel. Ariel. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Viel zu tun. Ich will noch reden. Du hast noch mehr Quests. Es gibt ruck raus. Ja, ja, ja. Ach. Okay. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Okay, Bayana hat eine neue Aufgabe. Maui kann nicht gehen. Vervorstelle die Woche ein zwei Sterne Gericht. Teile die Grotte ins Wasser. Stelle die friedliche Grotte ins Wasser. Okay. Alles klar. Komplett ins Wasser stellen? Oder was ist da los? Ah, so. Alles klar. Verstehe. Das räumen wir. Räumen wir dann noch schnell auf. Was? Hervorragend. Was kostet es? 5000. Hammer. Hammer. Das ist süß. Die kleine Grotte. Aber wir vermissen. Hey, hey. Das ist nicht cool. Komm, wir werden gleich Freundestufe 5. D-Tank. Was für ein Zufall. tematet. Drei. Wie heißt Tama-Täus? Tama... Tama-T... Auf jeden Fall das Krankenmonster. Was ist denn das für ein cooler Teppich? Tamatoa. Jetzt hab ich's. Hellbraune Strandhose. Voll gerne. Gern geschehen. Sprich mit Kufi, okay. Das find ich super. Gibt's noch? Magst du Blumen? Magst Blumen? Ist immer gut. Yay! Drei. Was haben wir da? Was ist das? Hallo! Hallo! Ich hab noch ein Geschenk. Was geb ich dir jetzt? Magst du mal Blumen? Wenn das so gut funktioniert, kriegst du Blumen von mir. Zeit, Geld zu verdienen. Das ist da, Gobert. Ihr lebt und lebt. Okay, mit dem Gemüse wird's nix. Ich werd' vielleicht paar andere nehmen, sonst brauch ich die komplett, brauch ich die gar nicht mehr. Okay, jetzt sind wir mal auf Level 4, mach mal bis zu Level 5 und dann musst du mich packen. Hey, sieh nur, mein Fischhakensternbild. Ja. Ja, das münzt nicht schlecht. Ganz recht, ich bin Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres und der Held von allen. Von allen? Oh mein Gott, was ist das so. Oh Mann, jetzt wird's echt lahm. Komm, Maui, wir sind Freunde. Wir müssen Freunde werden. Das ist wichtig. So. Einmal noch, da sind wir Freunde. Stufe 5. So. So. Uuuuuh. Wah. Ich krieg Bilder. Nächstes krieg ich da mal Tor. Achso, hast du noch Aufgaben? Egal. Ich muss gut fragen. Stimmt, da war ich gut. Du bist wirklich der Knüllerzwerg. Kann ich da rein? Kann ich nicht, weil sie schläft. Toll. Hast du immer so viel schlafen müssen? Da die Pflanzen? Achso, da sind die Pflanzen. So, dann müssen wir wieder rüber. Darüber. Ähm. Neuerstelle zum Kochen. Ich mach aber nicht ins Haus. Das könnte ein bisschen gefährlich werden. Schauen wir hier draußen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Den pappen wir doch immer so. Wo schlafen denn so viele? Remy ist wach. Remy ist wach. Geh schnell zu Remy. Bevor der wieder einpennt. Das ist so eine schnallige Nase. Der schläft so viel. Rieche ich da etwa Rosmarin? Hallo. Bonjour. Viele Schotte, Haferbrei. Habe ich alles nicht. Wir sind ein gutes Team. Also, geh mal zu Goofy. Ich glaube, der war seiner Hütte. Goofy. Donnerwetter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ach ja? Meinetwegen. Okay. Hör mal. Was? Sammle folgende Gegenstände. Wo? Alter, was soll ich machen? Was soll ich machen? Goofy, sag nochmal, wo kriege ich das Zeug her? Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Also. Wir sehen uns. Ah, das kriege ich wahrscheinlich in deinem Biom unten. What? Was sind das für verrückte Hasen auf einmal? Ah, sogar Muscheln. Vielleicht das Schickröte irgendwie? Ich dachte, ich könnte ihrer helfen. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Würmer und Streichhölzer. Wo kriege ich denn Würmer her? Wahrscheinlich muss ich eh begraben, gell? Ich frage die Dinge. Ja, ich frage mich. Ich frage mich. Okay, ich frage mich. Hier ist noch nie. Was? Ich frage mich. Ich frage mich. Was ich frage mich? Das zu machen mich zu haben, ich frage mich. Was ich frage mich? Okay, Kiste? Kiste? Ah, wieder ein Möbelstück. Ich hätte viel lieber Kleidung. Ah, das kann ich auch sammeln. Das ist super. Okay, das nicht. ZenGarten. So, was ist das für ein blauer Busch? Das sind blaue Bären. Ah, ja gut. Okay, wir treten. Uh, das sieht cool aus. Zeichen auf der Wiese nach, das sieht rummig aus. Ich bin raus. Okay. Mal, Zeichen. Den Wurmig aus. Also, worum er das heißen soll. Ich bin raus. Oh Okay, da war mal nix. Äh, okay, Kamera. Was essen wir? Apfel. Kein Safi-Time. Ein, wo? Nein, schon wenig. Endlich. Okay, wo krieg ich jetzt Weichholz her? Aui! Ey, was soll denn das jetzt? Das finde ich aber nicht so lustig. Bist du? Kann man denn so weit laufen? Bleib jetzt stehen, Maui. Komm nicht auf dumme Ideen. Lauf jetzt nicht weg. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Äh, war nur Spaß. Du bist wirklich der Knüllerzwerg. Weichholz? Das ist Weichholz. Okay, das kriegen wir hin. Dann hab ich ja jede Menge. Ich muss mich raten, Maui ist jetzt natürlich nicht ganz schnell abgehauen. Da hab ich noch kein Teleportationsprozess. Das ist Gottverdammt echt schnell. Aui. Aha. Du bist hier. Gut. Wir müssen weiter. Danke, Zwerg. Ich glaub mir, ich weiß, was ich tue. Du bist wirklich der Knüllerzwerg. Stell eine Reuss her. Okay. Was rumma das ist. Ja, es war so. Erstmal. Ich weiß, was rumma das ist. Hey, sieh nur, wer hier ist. Ich. Okay, lege die Böhme in die Reuss. Das finde ich dir Aale. Keine Aale. Keine Kokosnuss. Ich glaub, ich weiß, was ich tue. Okay, bis bald. Okay, wir fragen einfach mal Kufi. Oh, er ist im Restaurant. Oh, er ist im Restaurant. Gemüsesuche. Na toll. Also, ob ich weiß, wie das geht. Ja. Etwa, lass zumindest mal. Na, wie geht's? Ich hab deine Bestellung. Geben. Sehr schön. So. Schön, dich zu sehen. Kann ich schon. Oh. Verlöchen. Okay. Muscheln und Kanäle fangen. Toll. Fisch mir gar nicht. Es regnet. Ich frag mich, wo meine Gummistiefel sind. Aufgaben. So. So. Okay. Okay. Stell dir eine Reus her. Freundschaftsaufwerten. Okay. Musst du mir wieder quatschen. Ein Abendessen. Zwei Garnelen. Zwei Muscheln. Zwei Jakobsmuscheln. Okay. Zwei Garnelen. Vorm Strand. Durch den Merlin. Gleich wieder Mini. Hau gleich wieder ab. Fischfalle, das ist eine Reus. Oh Mann. Okay, er gibt sie. Mann. Zwei Garnelen. Falle bei Kai. Okay. 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 Ich kann mich da nicht hinschauen. Kann ich ja nicht aufversetzen? Ich tu. Ganz ehrlich sagen. Ja. Perfekt. 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 Ich wünsche deinen Stein machen wir da jetzt auch weg, sonst stülpe ich noch rüber. Äh? War das vorhin immer schon da? Ja? Ich habe Kai am Stirnenschrank. Was ist denn Kai? Kai! Ich fühle gar nicht so viel Ahnung, hä? Ach so, hier. Ja, und wie soll ich da jetzt rüber? Ist der nicht offen, oder? Ah, ich kann ein bisschen verknüpfen. Warte, warte, warte. Mach mal ganz einfach. So. 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 Jetzt gucken. Hey. Ich wollte kein Loch reinreißen. Mann. Offen. So. 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 supposed to runnel. Kann man das gleiche? bestreiten. Kann da rein? Ah, sieh an. Mehr Hexen, na, wie schön. Äh. Was hab ich davon, weil ich glaub' ihn auch nicht so ganz. Ein Fischlein. Ich bin kein Fischlein. Rolle der Macht. Okay. Schwangerschaft in der... Oh. Ja, ich glaub' eher. Ich wollte das sicher für was Böses. Raushol, dann erzählst du mir alles. Ich glaub' dir zwar nicht, aber ich schlag' mal ein. Kann ich dir nur schwer glauben, dass ich eine Glückssträhne hab. Der Inventar ist schon wieder voll. Das kann nicht sein. Doch. Kann ich irgendwas öffnen? Das kann ich öffnen. Ein Whirlpool. Mitten im Wohnzimmer. Das find' ich eine coole Idee. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Wir erweitern und stellen Whirlpool dann ins unser Haus. Chino-Shorts? Also das brauchen wir ganz sicher nicht. Eine weiße Elk-Küchentheke. Ähm, okay. Schönen wir so schön jedem das eine, oder? Na, dann gehen wir mal raus aus diesen... ...Grüftchen. Krüftchen. 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 Da geb ich dir vollkommen recht. Da rausgeschlagen, bitte. ich habe die anscheinend schon einmal aufgesammelt das heißt ich habe noch platz im inventar da haben wir da drauf drauf einfach mal sachen wieder leeren gehen hier gibt es auch noch ein brunnen super ich bin gespannt dass darauf steht wenn es fertig ist hallo ha 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 oder Ich gebe jetzt erstmal das Sand hier auf, das kann man ja anscheinend aufheben. Das ist so praktisch. Ich höre, dass ich nicht die großen kaputt machen kann. Verkaufsstand kann ich wahrscheinlich noch nicht aufbauen, jetzt habe ich fürs Gewinn etwas, wenn ich zu wenig Geld habe. Wusstest du? Einen schönen Tag noch! Tausend. Ich habe es ja gewusst. Ein Schumke und seine Reine... Ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell noch verkaufen und dann liefere ich die Sachen mal für heute ab. Schön dich zu sehen! Also, verkaufen, was könnt ihr verkaufen? Ihr auf jeden Fall! Davon habe ich mehr genug. Sonst gar nichts. Ist das krass! Bis bald! Kommt nach Hause? Ich würde sagen... Ja, Inventar ist voll, ich habe es schon geschneit. Aber was ich das jetzt so anguckt... Ja, hier in die Karte, da kann ich jetzt nicht. Die Karte ist ja klar. Okay. Die Pflanzen eins ist voll. Die Pflanzen zwei, das ist ein Karte. Die Pflanzen zwei, das ist ein Karte. Edelsteine. Die Pflanzen. Den Platz meinen Fisch auf Blaubeeren. Okay, dann müssen wir die Sachen eben dann pflanzen. Aber das sollten wir ja hinkriegen. Können wir noch einen Fisch auslagern? ach so was man mit den muscheln sie jetzt essen ja nicht beide sind wir da machen sie ok steiner das rein dort rein das ist jetzt nicht anders aber das 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 heißt es ist voll das essen das machen wir nicht rein kommt mit meinem lagersystem zurecht es ist viel zu viel das können wir jetzt mal benutzen ist das schön ich muss mich eh heute noch einmal umziehen wieso regnet es jetzt das ist jetzt zu okay das hat zum vorteil ich muss gießen So, dann pflanzen wir noch das ganze Gedöns an, dass es bis zum nächsten Mal schon mal fertig ist. So, passt. Kann ich da nichts pflanzen? Na jetzt. Dann. Buh, 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 buh. Ja, ja, alles klar, Goofy. Auch nochmal die Schaufel? Nee, dann auch Splitte rauskommen würden. Das wäre so viel einfacher. Ich dachte, es wären sechs. Na gut, dann sind es noch fünf. Also wie gesagt, einen Vorteil hat es. Es ist schon alles gegossen. Und wir haben sehr viel jetzt weitergebracht. Also, wenn man jetzt guckt, wir haben die sonnige Ebene freigeschalten. Wir haben den Schildernstrand freigeschalten. Wo das wahrscheinlich hier nicht so geplant war. Denk ich mal. Aber trotzdem. Aber egal, wir haben mega viel freigekriegt. Da gibt es nur noch eins, zwei, zwei, vier, und fünf. Ah, und das Schloss noch. Sechs, sieben. Ja, es könnte gehen noch was. Dörfer. Ah, zwei, vier. Sechs, sechs fehlen noch. Also gibt es hier noch einige Quests. Aber ich denke, wir haben da schon jetzt was rausgesucht. Ah, das... Ja, ist klar. Ariel und Erik geht es auch noch. Ist ja cool. Wall-E. Ah, ich freue mich auf Wall-E. Das wird sicher süß. Anoy? Die Cabriose. Wollten wir uns noch umziehen. Kite, 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 kite. Äh... Kite. 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 Nehmen wir. Tada! Haben wir gleich eine Errungenschaft bekommen dafür.